Joppa! Hole in one! Hole in one! Sooo, Lance hat eine Herausforderung gegen mich geplant. Hä? Nimmst du schon auf? Hallo Leute! Na, wie geht's? Guten Tag, wir sind live hier auf Google oder YouTube. Ey, du hast ja schon angefangen, was soll das denn? Ey, hole in one! Angeblich hole in one, ich mach jetzt auch ein hole in one. Mach rein! Nein! Nice! Ich bin so schlecht im hole in one, warum kannst du das so gut? Leute! Heute gibt's mal wieder eine Folge Govids! Meine Damen! Meine Damen! Meine Damen und Damen! Heute spielen wir die Holland Map. Da geht es darum, so viel Mini-Golf wie möglich hinzubekommen. Wer ist hier der Pro und wer ist hier der Noob? Lars, du bist doch eigentlich immer so ein richtiger, guter Pro versus Noob-Talent-Typ. Oh mein Gott! Beide zwei! Beide zwei! Vielleicht ist es jetzt das Ding! Wow, looping, looping! Oh mein Gott! Ah, das wäre eigentlich auch... Eigentlich hätte es funktioniert, hier ebenfalls einen hole in one hinzubekommen. Aber leider nicht! Ich glaube, die Map ist absichtlich so, dass man, äh, hole in one... Spaß hat beim Spiel? Oder dass man hier... Hole in one! Mist! Ich krieg diesmal mein erstes hin. Nein! Ja! Ich will ein hole in one hinbekommen! Ich hab noch nie in diesem Spiel ein hole in one bekommen! Achso, ich dachte, es geht schon weiter, aber du hast noch nicht geschlagen. Ach, angeblich! Okay, weiter geht's! Denk dran, es geht nicht... Oh, oh! Okay, warte mal, was ist das denn überhaupt? Ich will hier ein hole in one schlagen. Das heißt, man muss hier an diesem... Man kann drü... Okay! Man muss nur genug Kraft aufbringen und dann da drüber hauen. Plup! Tu's nicht! Nein! Aha! Ich schaff das! Papa! Oh! Okay! Hast du drei gebraucht? Oder vier? Ich hab drei! Okay, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Du musst wolen! Warum machst du denn so stark? So, immer schaff ich's! Alles gut! Ich komm rein! Ich komm rein! Ich komm rein in den Club! Ich komm rein in den Club! Ich komm rein in den Club! Jawoll! Jawoll! Es geht Double Boogie! Ja gut, er hat eine Double Boogie! Oha! Da darf man... Oh, wobei! Theoretisch weiß ich... Guck mal, ne! Ah, ne! Da flieg ich in den Teich! Ah, nein! Wiii! Oha! Was? Oh mein Gott! Der Rasen drumherum hat auch einfach so Welleneffekte! Lol! Das war fast hole in one, Alter! Ich bin gar nicht gut im hole in one, muss ich sagen! Ich bin vielleicht sogar der schlechteste hole in one Spieler! Hole in one! Aber du hast so viele hole in one's schon gemacht, Lars! Auch in der letzten Folge hat Lars so viele hole in one's gemacht! Einfach nur Glück war das! Oh, warte mal! Was ist das hier? Hier fliegt man so durch ne Röhre durch und da... Ich mach ein hole in one! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Hast du auch ein hole in one? Mann! Okay! Was ist das hier? Ah, der ist schwierig! Da muss man drumherum und in die Kante rein! In die Ali-Kante! Ali-Ali-Ali-Kante! Ali-Ali-Ali-Kante! Oh! Fast hole in one! Oh! 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 Ich mach's mit zwei! Ich mach's mit zwei Schlägen! Nee, ich hab nicht mit zwei geschafft! Ich hab mit zwei geschafft! Nee! Birdie! Birdie! Oh, oh, oh! Das ist ein leichtes hole in one! Das ist ein richtig leichtes hole in one! You got these, Momin! Das ist das leichteste hole in one, was es überhaupt noch gibt! Hole in one! Alter! Was? Hast du auch ein hole in one? Klar! Ich hab Birdie! Ich hab sogar Erfolg bekommen gerade! Okay, okay, okay! Ich mach ein hole in one! Nein! Ich auch! Ich hab kein hole in one gemacht! Ich schaff das! Geh weg! Rin! Par! Ich hab ein Par! Okay! Bist du mehr auf der Spur, oder was hier? Oh nein! Double Looping! Double Looping! Warte, ich guck mal ganz kurz, wie muss ich schlagen? Oh mein Gott! Okay! Da durch! Okay! Einfach volle Kanone! Nee! Zu schwach! Oh nein! Ich hab fast! Ich hab fast ein hole in one geschafft! Oh Mann! Ich bin durch! Ja! Ja! Oh! Alter! Zwei Schläge! Du hast auch zwei Schläge! Alter! Okay! Oh, der könnte was Gutes werden, Roman! Zack! Nein! Ich hab kein hole in one! Okay! Und du? Nein! Alter! Ich hab mir auch knabbes, knabbes, knabbes! Zweier! Hm! Eigentlich sollte das hier mehr so ein hole in one Ding sein! Oh Mann! Oh Mann! Alter! Die Level sind ja richtig viel! Einfach so ein Gorilla! Warte mal! Wie macht man hier am besten ein hole in one? Okay! Du hast einfach durchgeballert! Geht nicht! Kannst du vergessen! Doch! Schaffst du! Nein! Doch! Doch! Guck! So! Mach! Ah! Echt? So? Hör auf! Hör auf! So zu reden! Oh! Oha! Oha! Der wär richtig! Tschiiiis! Der war schon ganz gut dran! Wie so ein Pferd! Der war einfach! Tschiiiis! Tschüss! Ah! Okay! Dreier! Was hast du gehabt? Ich hab zwei! Zwei! Oh mein Gott! Was ist das? Das ist ein Hole! Hole in one, oder? Das ist ne Höhle! Durch die Höhle! An so nem Stab vorbei! An der Seite! Könnte kritisch sein! Warte mal! Aber ich versuch meinen Luck! Indem ich zack zack! Bam! Uh! Wir haben beide denselben Fehler gemacht! Mist! Alter! Was? Oh kacke! Oh nein! Wir beide machen einfach nen Dreier! Wir machen nen Boogie! Oh! Oh nein! Wir machen nen Boogie! Boogie! Aber der ist auch wirklich böse! Das war echt böse, weil da so viele Stäbe waren! Was ist das für eine? Oh! Da könntest du nen Hole in one machen! Das ist ein Hole in one! Aber nicht bei dir! Mist! Da! 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 Das ist ein Lone in one! 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 In China! In China! Ach egal! Da spielt man Lone in one! Nicht Hole in one! Okay! Hier langsam! Alter! Das Loch ist so richtig schräg hier! Oh kacke! Du hast zu stark und ich hab zu schwach! Du musst halt behutsam sein! Ich hab drei! Nein! Zwei! Zwei! Oh nein! Ich muss nicht einholen! Ich glaub es sind nicht mehr viele Löcher! Oha! Was ist das? Da ist einfach so ein Ring! Quidditch! Quidditch! Da muss man durch so ein Ring schlagen! Schlag mal das! Nein! Schlag doch selbst! Mach mal vor! Hey warte ich zeig dir wie der Profi das macht! Zeig mal! Oha! Wir haben ja getroffen Junge! Oh mein Gott! Nein! Der packt! Der packt! Der packt an! Das kann nicht sein! Dicker Lars! Du bist so ein Arsch! Wie hast du das denn jetzt? Oh! Boogie! Okay! Ich bin nicht durchgekommen, aber ich hab's berührt! Mist! Mann! Was ist das denn für eine krasse Karte? Das ist einfach ein Schiff! Voll cool! Da musst du durch so ein Schiff schlagen! Dann musst du da rein! Dann mach mal vor Lars! Der wird kritisch! Mach's mir vor! Will! Will! Oh! Oh! Ja! Ja! Oh mein Gott! Wie hast du das denn gemacht? Ich hasse dich Lars! Ja der vorherigen Folge hast du mich abgezockt! Mach mal vor! Will! Will! Alter! Ich hasse das so sehr, dieses Spiel! Jetzt hast du ihn! Mann! Ich hab einen Vierer! Du hast einfach ein Hole in One! Das war aber auch echt Glück und Unglück! Das war's schon! Junge! Wie viel! Das war's schon! Was ist das gewesen? Das kriegt von mir auf jeden Fall eine gute Bewertung! Oh mein Gott! Du hast einfach 35 und ich hab 46! Das ist sehr sehr gut! Das ist sehr 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 gut! Alter! Aber das konnte ich irgendwie besser abschätzen! Weil das so... Das war so wie ein Real Life! Weißt du? So das andere war so... Wie ein Real Life! Wie ein Real Life! Okay Leute! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Wir hoffen es hat euch gefallen! Okay? Haut rein Leute! Tschüssi Kaski! Ciao!